Herzlich Willkommen in der Ländle-Messehalle. In der Hülle wird ein ganz tolles Programm vorbereitet für unsere Besucher auf der Dorabierer Herbstmesse. Wir haben zahlreiche Aussteller, die Ländle-Produkte präsentieren, die man verkosten kann, die man kaufen kann. Dann die Ländle-Gastronomie, die Spezialitäten aus dem Land kocht. Dann haben wir noch einiges an Gewinnspielen und eine Kinderstation im Rahmen der Kinderrallye. Jetzt würde ich euch gerne einladen zu einem schönen Messirundgang in unserer Halle. Wir sind hier in der Ländle-Halle beim Stand vom Ländlichen Fortbildungsinstitut von Radenberg. Wir stellen hier unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten vor, unter anderem die Kräuterpädagogen und der Edelfranz-Sommelier-Kurs. Es würde uns freuen, wenn wir uns vorbeischauen und euch über die verschiedenen Veranstaltungen informieren. Und jetzt sind wir am Stand vom Bio-Aus. Wir sind hier auf Radenberg in der Halle 4. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserem Stand besucht. Wir haben verschiedenstes Informationsmaterial. Wir haben immer wieder Repräsentanten, die leckere Bio-Sachen aus Vorarlberg verkaufen. Kommt vorbei, schaut es euch an. Übrigens am 16. September, am Sonntag, findet vor dem Festspielhaus auch noch das Bio-Fest statt. Mit einem großen Biomarkt. Wir würden uns freuen. Es gibt das Glücksrad, den man da im Hintergrund sieht. Da gibt es kleine Sofortgewinne in Bio-Qualität und Kleinigkeiten zum Mitnehmen. Wir sind jetzt hier beim Brogan Privatbrennereistand. Und wir zwei sind Kuli und Buschibroger. Und wir haben eine Brennerei in Klaus. Und unsere Leidenschaft ist nächste Edelbrenz, der Whisky. Ich bin Daniel vom Geflügelhof Feldkirch in Vorarlberg. Wir betrieben Hühnerzucht, Legebetrieb. Wir sind hier zum ersten Mal auf der Dornbühne an der Messe. Und wir wären froh, wenn wir einmal vorbeischauen würden bei uns am Stand in der Ländle Halle. Wer keine Zeit hat, um auf die Merz kommen, der kann gerne bei uns am 23. September auf dem Hof vorbeikommen. Da haben wir ein Hoffest mit Spezialisten für Hühnerzucht, für Tiernahrung. Und jeder kann einmal in einen Hennenstall hineinschauen, wie es dort drin wirklich aussieht. Hallo, ich bin Susanne Romberg. Verkaufe für meinen Mann, Martin Romberg, die Wildspezialitäten. Er ist Jäger. Wir haben alles vom Hirsch, also Hirschkaminwurzen, Hirschlandjäger, Hirschkamin, Hirschhauswürste, dann Mossbröckle und Hirschschinke. Auch frisches Wild zum Vorbestellen, frisches Fleisch und noch vom Wildschweinspeck. Ja, und dann sind wir noch auf dem Wochenmarkt in Dornbühne und in Bregenz. Da können Sie uns auch gerne besuchen. Wir würden uns gerne freuen. Mein Name ist Sommer Gottfried. Ich komme von Klaus. Ich bin hier mit der Edelbrände, Hauptsache mit Raubenbrände, Sorte Reine. Und es würde mich freuen, wenn viele Leute vorbeikämen durch den Stand. Ich bin der Ruscha Franz. Ich komme von Angelsburg. Ich bin mir auch als Edelbrenner da. Ich habe einige Produkte von mir da. Ich würde mich besonders freuen, wenn viele Leute zu uns an den Stand kommen und unsere Produkte zu probieren. Ich bin der Feist Markus. Ich komme von Trombach. Wir haben eine Hofkäserei daheim. Wir sind hier von Herbst mit unseren Kässorten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns besuchen könnt. Also wir Lindli Metzger laden ein. Kommt her und probieren unsere Würste. Die sind wirklich einzigartig. Die sind wirklich einzigartig. Hallo, ich bin Barbara. Wir sind hier am Dietrich Stand. Bei uns gibt es einen Most zum Probieren. Und ich würde mich um jeden freuen, der bei mir vorbeikommt. Ich bin der Held vom Schwarzenberg. Der reine Bergbauer ist unser Hofname. Und wir sind da mit den Ziegenprodukten. Alles von der Ziegen. Und wir würden uns freuen, wenn uns der Konsument da besuchen würde von mir aus. Und unsere Produkte gibt es auch zum Kaufen in der Kronhalde in Bregenz und im Sägerzentrum in Dornbirn. Und wir brauchen uns zum Kaufen in Dorn. Und wir waren mit den Ziegenprodukten. Bis zum nächsten Mal. Dat geht's mir. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.